Ich würde unfassbar gerne auf Toilette gehen, aber wir sind so lang in Q. Da geht nichts. Also ich war eben auch bestimmt fünf oder sechs Minuten in der Void-Form. Nur kurz beschweren, dann geht's. Hä? Ich dachte wir haben jetzt Spaß-Bordlane und du lockst Ezreal. Ja, ich hab auch Spaß an Ezreal. Wait, Relution. Braum. Hast du gerade Braum vorgeschlagen? Ihr seid ja bei solche Spaßbremsen. Das ist ja unsäglich. Hä? Du spielst doch voll gerne Braum. Wo kommt die Morgana her? Ja, die kann die Full AP spielen, bisschen Sonja, dies, das. Ich geh auf Toilette. Es ist mir ganz egal, ich werde den Heimer Donger in der Mitte spielen. Der ist super. Oh geil. Ich bin gleich wieder da, ich geh auch kurz auf Toilette. Oh, ich weiß, was wir gleich machen müssen. Wir müssen gleich ein Infinity-Stacking-Team spielen. Also jeder einen Champ, der unendlich stackt. So Belwef, Vega, Nasus, Thrash, Bard, Senna. Finch. Und dann machen wir einfach ein 3-Stunden-Game. Das sind sogar sau coole Champs. Okay, freut mich, dass ihr dabei seid. Sehr cool. Nice. Okay, Disengage? Okay. Ich krieg immer ein bisschen Flash. Okay, cool. Das ist also Grand Canyon Jungle Gap? Da kommt noch jemand. Schade. Irgendwie hat mein Team keine Lust, Summoners zu benutzen. Flash und Flash. Ja, ich flash da in 3 Leute rein. Das ist gar kein Problem. Nee, Sola, das nächste Mal musst du da hin typieren. Ich war drin. Keine Ahnung, wo ihr wart, ne? Aber auf jeden Fall nicht drin. Naja, mal wieder Bot Lane Diff, ne? Kenn ich ja schon. Oh, der hat uns getötet, glaube ich. Aber Mordeca ist das so wohl schwer in der Hinsicht. Nice. Der ist ja voll stark. Aber du hattest ja nicht mal einen Red Buff Fill. Ja, hatte ich auch nicht. Aber wieso nicht? Und selbst, Junge, auch mit Red Buffen haben wir da nichts, Chantau. Du machst so viel True Damage. Nee, komm, hör mir auf. Nee, ich find's schön, du bist eine große Addition hier. Freue mich, dass du da bist. Ich muss halt auch scalen. Warte mal. Also, ich bin nicht. Ja doch, ich bin 0-1 gegangen. Jetzt weiß ich wieder, warum wir die letzten 6 Jahre nicht zusammen mit den Boys waren. Wie sieht es immer so ein Bot Lane Gank aus? Gehen die da rein gleich? Ja, ja. Kann man behalten. Vielleicht auf den Pinkwort hier, wenn die direkt contesten. Okay, super, ja. Jetzt. Wunderschön. Ich komm dann nicht zum Proxy, weil ich keinen Junker habe. Weil ich keinen Top Lane habe, sprich es ruhig aus. Dafür braucht man immer einen Jungler fürs Proxy. Ja, 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 ja. Mist, bitte. Ist er tot? An der Stelle einmal kurz angemerkt. Jumas ist auch klasse, Therese, muss ich sagen. Danke, ich ess auch nebenbei. Es funktioniert wunderbar. Es ist so Studentenfutter, sprich großartig. Don't mind me. Ja, komm, geh da einfach durch, hallo. Ich komm, ich komm, ich komm, ich komm. Jetzt kriegen wir den Mordekaiser echt. Zu zweit gar nicht, zu zweit gar nicht. Ah, mega gut. Und jetzt finischen wir. Jetzt finischen wir. Ja, ja, machen wir echt. Das ist nur die Argo, den Call. Und jetzt finischen wir hier. Was macht die hier, hallo? Für die Finish-Quest bin ich eigentlich verantwortlich. Ja, doch, ihr habt den. Ja, Rell ist Mist, Rell ist Mist. Ja, ja, ja. Du hast gesundet, oder? Die kommt nach oben. Safe? Wie? Ich bin safe. Phil, unsere Dives, wir werden singen. Was? Also, oh, nein. Ey, ich hab den, ich hab den. All good, all good. Okay, du bist Ranciatau. Hey, 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 hey. Why are you running? Why are you running? Why are you running? Top lang ist doch ultra low, Phil. Du kannst nicht hüten. Da bitte, ich müde dich gleich. Man, was ist denn das hier? Also, Rell hat jetzt auch keinen Flash mehr. Du machst das klasse, da mitte. Ach, der hat ja noch Flash. Ich glaub, der noch Flash hat, die Kackratte. Jetzt wird's aber gemein, die arme Ratte. Die hat auch Gefühle. Ja stimmt, Chantau kann eigentlich nix dafür. Ja, das stimmt. Ich kann den Monokaisers Soh nennen. Ja, du stirbst beim Wottern. Super, machst du das? Ich bin nicht tot, ich bin nicht tot. Warum auch noch den Turm? Ich glaub, ich, äh, mein Gott, ich weiß auch nicht. So old? Ne, ne, 40 years. Oh, das solltest du nicht tun, glaub ich. Also, ich hab in 2 Minuten 30 nochmal Harold. Und dann möchte ich gerne nicht in irgendwelche Sachen verwickelt werden, wo ich direkt wieder sterbe, okay? Super. Sterbe ich? Ja, 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 die ist immer da. SS Rel? Oh, da ist noch jemand, Mensch. Hallo Ratte. Ich bin tot, schade. Wir haben mal wieder einen Edicare, der Legendary ist, aber das hat uns ja eben auch nicht gefühlt. Das ist kein Problem. Damit kennen wir uns doch schon aus. Ich hab einmal versucht, jemanden zu töten, guess what, das hat nicht funktioniert. Jetzt sind die Nüsse über alles. Leider hab ich alle Nüsse jetzt aufgegessen. Bin fertig mit den Nüssen. Achtung, der Dingsidongsi Midlander kommt. Nice. Wie kann unser Dungler da sterben? Junge. Ach Rel, lass das doch mal. Ich hab jetzt jetzt nicht. Ja. Das bin ich viel. SS-Bot? Wirklich. Sympathisch. Man kann sich unterhalten. Oh, da ist was, da ist was, da ist Böses hinterm Busch. So, ich bin drin. Ich kann... Oh, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Ja, ja, ja. Rauf, 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 rauf. Nee, ich bin Auto, Junge. Warum bist du in Auto? Kannst du nicht. Kannst du weggehen wieder? Warum? Ich bin tot. Die kommen. Ja, halt ab, halt dich ab, Karni. Karni, Karni, halt dich ab. Weiter, 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 weiter. Ist fast dann, ist fast dann, ist fast dann. Sehr schön, Karni. Du gibst alles. Weiter. Oh, schön. Ist das hier ein Kill-Engel? Ja, ja, schau, schau, schau. Ich hab nichts, ich hab nichts. Der hat keine Ultramode, Kai-Sachen. Okay, der geht raus. Ach, da geht das rein, oder was? Da kommt gleich ein Twitch vor dir. Nein, 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 nein. Spielen wir das nicht, oder? Nee. Okay, Leute, vier Minuten Nash. Damit krieg ich die Form auch, okay, gut. Du willst vor? Ja, das ist super. Ja, das ist super. Also nicht dich, sondern der Gegner. Ja, ja, ja. Den da, okay, den du hast ja gleich. Der hat, ja, ich wollte gerade sagen, Galeforce ist auch noch raus. Let's go, Chantau. Do it. Von, von oben, von oben. Ja, ja, wir machen die Zange, die Zange in Midland, die Zange in Midland. Ich bin drin. Hallo? Guck mal, Karni, Karni, Karni. Nee, 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 nee. Ja, 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 ja. Nee, 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 nee. Was ist denn hier los? Oh, ich hab dich durchgetrunken. Heiß die Ratte. Ja, ich weiß nicht, mein Sinch ist leider ein Bot, schade. Wo ist der Twitch noch mal? Bitte, kannst du auch mal pingen. So alt. Pingen wir bitte, pingen wir bitte. Aaaaaahhhh. Der Drake kann man nicht machen, weil unser Journal schlecht ist. Das kenn ich noch mehr. Dieser dezent der Hase einfach. Was macht denn diese Relle mal hier? Wieso wohnt die denn da? Ich hab leider kein Wort mehr, deswegen Facecheck. Hier, Bot, 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 Bot. Nicht Drake? Ich dachte Drake. Hast du noch irgendwas erwischt? Nee, aber das ist die Ratte. Ja, das ist Anton. Ja, das ist Anton. Anton kein Flash, Anton kein Flash. Können wir Anton einfach... Anton ist die Ratte. Wir kommen von hier, heu. Ja, wir kommen dahin. Ich bin dann gleich hinter... Twitch hat keinen Flash, keine Ult. Oh, das ist der auch kein Rumpf, Twitch. Ja, mehr kann... Jungs, bitte nügendwas. Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Ich komme, ich komme, ich komme. Jetzt los, 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 los. Aaaaaah. Warum will der mich denn schon wieder? Ich hab den eben schon gewonnen. Hast du jetzt die Formel mit dem Drake nehmen? Oh. Ähm. Ich hatte keine E ab. Shit. Oh, okay, wir müssen jetzt gleich ein Nash machen. Ich glaube, Therese, du und ich... Ich glaube, wir kriegen das... Wir beide, meinst du? Ja, ja, du mit deinen Türmchen und ich hau einfach auf und dann... Okay, okay. Twitchy kommt nach oben. Da ist Twitch auch. Lass die töten, lass die töten einfach. Ich hätte dich sterben lassen sollen. Wait a minute. Wir kommen, wir kommen, Team. Wir kommen, wir sind da, wir sind da. Black shield in 10, Black shield in 10. Twitch da ist, Twitch da bei uns. Ja, ja, Twitch ist bei uns. Ja, ja, Twitch ist bei uns. Wir gehen da rein, oder nicht? Ähm. Das war leider nicht früher. Also, ich hab nichts im Leben. Hm, ich krieg den Bots in der Breite. Wir sind dann wieder raus. Wir sind dann wieder raus. Macht dir gar keinen Stress, Julian. Twitch is in this, by the way. Ja. Ja, ich bin auch weg dann. Ne, ne, ne. Lass doch mal rein. Ja, da, da, da. Ich tp jetzt und dann bin ich da. Aber Twitch ist auch noch da. Wirst du ja da sagen. Habt den ersten. Oh mein Gott. Den hol ich. Den hol ich. Uuh. Nein. Sag das Ding. Und das ist die Voidform. Okay. Ja, finally. Nur dann macht der Champ halt actually Spaß, wenn man die Voidform hat. Wollt er trotzdem es meinen. Ah. Der ist ja fast schon tot, der Gude. So. Und die Voidform hält drei Minuten. Ich bin einfach fast tot. Oh, ich hab gar keinen Sonja. Ich finde Sportline, Leute. Mach jeder mal Pressure, ne? Ries, ich hab dich, wenn du wieder rauskommst. Ich komm noch nicht mehr raus. Ich sag dir, wie es ist. Ich hab dich. Mach mal weiter Druck. Mach mal weiter Druck jetzt. Mach mal weiter Druck. Ich mach so viel Druck. Die kommen jetzt runter alle. Okay, ich möchte die Voidform nicht verlieren. Siehst du mich von links hier reinlaufen? Ja. Hier reinlaufen. Solider Flank. Kannst du Bottling jetzt auch noch hier reinlaufen? Ja, ja, hier Bottling reinlaufen. Ähm, was war das mit dem? Er hat gelegt. Oh, mitte, mitte, mitte. Ja. Ne, kein Old. Kein Old. Was ist das sicher? Was war das denn hier? Wo hast du dein Kleber hingeworfen? Hä? Da fallst du hier rein? Nein, 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 ja. Ich komme nicht durch. Seht ihr die Zone? Ja, die ist wirklich gefährlich. Hier unten, Leute, ich bin drin. Oh mein Gott. Das sind schon alle tot. Wtf. Ja, ja, ja. Go, go. Hilfe, Hilfe. Lass dich sterben. Das Sinch ist so broken. Ah, das Sinch. Na gut. Ich finde Sinch ist auch broken. Zieh damit. Und ich bait ihn auch noch perfekt. Lass aber noch nicht finishen. Ich will noch ein bisschen mehr Spaß mit der Voidform haben. Die haben schon surrendered. Oh nein. Geh, geh. Im Sinch-Game hatte ich mehr Spaß. Ich muss auch sagen, unser Sinch war besser als im letzten Game. Und so eine Midlane war jetzt auch besser. Proliert. Ist auch nicht schwierig. Aber wir hatten alle nicht so viel Schaden. Eigentlich hast du nur du einen gemacht. Ja, viel. Ich hatte einen